So, jetzt aber. Sehr gut, sehr gut. Ich mache jetzt mal keine Handmoderation. Braucht man nicht. Kannst du dazu editieren? Ja. Bei mir ist übrigens Hunterchen. Hey. Sorry, das musste sein. Passt schon, passt schon. Ein bisschen Verachtung ist zwar gestiegen, aber es passt. Ich nehme mal ein ganz neues Deck. Ja, ich probiere auch mal ein neues. Wo ich null Plan habe, ob es funktioniert. Aber das ist ja bei mir normal. Was, Wartezeit durchschnittlich 14 Minuten? Weil ein Böllgegenfreund... Was? Das hat eben bei mir gestanden. Okay. Egal. Vielleicht, weil ich es so lange brauche. Vielleicht. So. Ja. Ah, nur Scheiß auf der Hand. Finde ich gut. Und ich habe da dran gedacht und habe einfach mal angenommen. Sehr gut. Ja, ist doch gut. Also für mich. Ah. Wie? Was habt ihr denn da? Ja, ja. Hm, nee. Lieber mit dem Messer in die Fresse hauen, gell? Ja. Ah, ja. Weil ich es kann. Ähm. Ja, komm. So lange ich noch Schaden machen kann, muss ich es auch tun. So ist es. Das Land dient mir. So, so. Hm. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Das soll ich auf einmal fünfmal an der Kristalle haben. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hm. So viele wundervolle Giste. Katsching. Katsching. Ich überlege gerade was. Damit das nicht so... So flach. Sag mir jetzt nicht, du machst da Schattenschritt drauf. Nee. Aha. Aber wenigstens ein bisschen, ne, dass deiner dann auch nicht ist. Ach so, okay. Zumindest wäre das die, die... Ich hätte nur so als Vorschlag, das hättest du vielleicht vorher angreifen, äh, hätten machen müssen, bevor du mich angreifst. Nur so. Ja. Eventuell. Ja, hätte man machen können. Aber wolltest du nicht, gell? Ja. Mal gucken. Geil. Scheiße. Ja, was? Geil oder Scheiße? Nur Scheiße, alles. Okay. Jetzt habe ich leider niemanden, der das bestätigen kann. Ja. Nicht so wie das letzte Mal. Gucken wir mal. Mhm. Okay. Ähm. Oh. Geil doch. Aha, Face. Face ist der Platz. Ja. Scheint so, ja. Ja, ja. Also ganz überzeugt bin ich noch nicht. Mhm. 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 Okay. Oh. Da kommt ja was Interessantes. Äh. Ja. Warum auch nicht? Ach so schlimm ist das nicht. Ich geht. Ach so schlimm ist das nicht. Ja, aktuell noch. das ist böse schön mein einziger goldene legendäre okay ist gerade ein gedanke durch den kopf geschossen und zwar sollte stefan vielleicht mal in jedem spielebereich im ts auch noch ein aufnahmedingens reinmachen eventuell ja wenn leute reinkommen direkt a hier läuft eine aufnahme ja muss man ihm vielleicht mal sagen ja ein bisschen face damage ist immer schön das ist noch besser nur vielleicht nur vielleicht ok ähm hm ja Ja. Ja. Was? Ja. Ja. Spannend. Ach, Mann. Kommt da irgendwie noch ein Yogi oder so? Eventuell. Bitte. Für dich. Ach, du Sau. Ah, schön. Ah, war so klar. War so klar. Das ist doch schön. Ja, nur für dich. Weil ihr macht von Rad daraus. Ich habe die Kraft. Hm. Nee, denn spare ich für was anderes auf. Bitte, Raggi, ins Gesicht. Bitte. Nein, bitte nicht. Bitte ins Gesicht. Schön. Ach, Raggi, wieso hast du mich? Er mag nicht mehr. Deswegen ist er auch auf meine Seite gekommen. Ja. Hm. Ei, ei, ei. Schlecht, schlecht, schlecht. Na, wie man zieht. Je nachdem auf welcher Seite man ist. Ja. Hm. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Was hast du vor? Aha. Das Land dient mir. Ja. Ein bisschen Facepower ausgepackt. Okay. Kann man mal machen, muss man aber alles. Ja. Find ich auch. Wenn haben wir denn da wieder? Oh Gott. Was denn? Oh Gott. Ein alter Bekannter. Aber ich glaube, ich mache lieber das hier. Hm, der alte Bekannter. Ja, ja, die Mutter ist nah. Aha. Was habt ihr denn da? Ja. Ich muss gestehen, ich bin irgendwie nicht so begeistert. Ja. Oder eventuell doch. Hm. Such's dir aus. Hm. 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 Los geht's. Musst du bleibt entscheidend. Na, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so begeistert. Hm. Der Raggi liebt mein Face irgendwie. So unglaublich da. Oh. 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 So. Hat doch. Ist doch aufgegangen. Wunderbar. Du hättest meine Hand sehen sollen. Ich wollte lustige Sachen machen. Ja, jetzt ist leider zu spät. Gemein. Hm. Was nehme ich jetzt? Stimmt. Also ich will das noch zeigen. Lass mich doch, bitte. Ich glaube, ich nehme ein älteres Deck. Wo ich keinen Plan mehr habe, was das ist. Weil ich meine Decks ja nicht benenne. Ach so. Ja, komm. Egal. Du benennst deine Decks nicht? Nee, ganz selten. Oh, bei mir steht tatsächlich jetzt auch Wartezeit 14 Minuten. Ja gut, das... Wir haben ja Zeit. So ist es. Ach so. Seid auf der Hunde. Von dieser Hand... Das Hunterchen spielt Hunterchen. Ja. Das heiße ich hier jetzt anders, ne? Battle.net, ja, ja. Ist mir egal. Hm. Ja, das ist ja super Hunt. Das ist ja... Ich muss gestehen, ich heiße auch nur anders. Weil Hunter Edition einfach zu lang ist vom Namen her. Und es nicht als Battle Tag geht. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Wusste ich nicht. Ja, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es ändern wollte, auch nicht. Was habt ihr denn da? Warum bin ich jetzt nicht so überrascht? Ah, Coin jetzt schon? Okay. Bisschen... Zum Aufräumen ist der da. Der ist ja hässlich. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist wunderschön. Oh nein. Im Ernsten, Milrog? Ist ja ekelhaft. Wie kommst du denn da rauf? Ich weiß ja nicht, was das hat. Mit so einem Vogelchen geht's, bitte. Also ich... Ne, ich sag nix. Naja, das kann ja fast nur eines sein. Was denn? Ja, halt so Dinge. Ja. Muss aber gestehen, die Falle hätte ich besser nicht ausgespielt. Hm. Das war irgendwie scheiße. Ach ja. Hm. Ah, doch nicht. Ich dachte eher was anderes. Mhm. Etwas, was sinnvoller gewesen wäre. Ja. Wie gesagt, das war jetzt nicht mein stärkster Moment. Ja. Ja, da haben wir jetzt auch nicht sehr viele Üblichkeiten gerade. Da fehlt ein bisschen was. Mhm. Mhm. Ich tippe mal auf nen Endsoft. Ja. Vermute ich auch jetzt. Okay. Okay. Nee, das wär jetzt nicht sinnvoll. Mhm. Mhm. Gut. Wenn du Milrog bist. Naja, du bist kein Milrog. Es muss was anderes sein. Los geht's. Ja. Das hättest du schon im letzten Flug eigentlich bemerken müssen. Wo ich gar nichts machen konnte. Ja. Mhm. Weil wir können ja eher immer was machen. Was mach ich jetzt? Hm. Das weiß ich auch nicht. Ja. Also ich würde jetzt an deiner Stelle... Ja. Ja. Hätte ich jetzt anders gemacht. Warum denn? Ich mag's, wenn du eine Karte überziehen. Ich wäre jetzt mit dem Trosch... Äh... In den anderen drei. Oh, schade. Ja. Ich find's halt gut, wenn du eine Karte überziehst. Deswegen, ja. Ach so. Aber ich hab gedacht, trade ich mal ein bisschen. Okay. Mhm. Ah, ja. Naja. So, so. Mhm. Okay. Das fand ich jetzt nicht sehr nett. Warum denn nicht? Ich möchte diesen nicht auf meiner Hand haben. Dank. Doch egal. Nein, nein. Das darf dir nicht egal sein. Nein. Jetzt hab ich mit dem... Hier mit dem Bluetooth gezielt und bin auf, äh... Hier, beenden. Zum Glück funktioniert das nicht. Sonst hätte ich jetzt vier Schaden verloren. Ja. Hm. Ach, mach doch mal deine Waffe kaputt. Nein, ich hab die so gerne. Du musst hier nicht auf, äh... Geheimnisse warten. Mach man nicht. Ja, muss ich nicht, aber ich mach's gerne. Ich mach's gerne. Das macht man nicht. Hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Ne, meine Mutter hat mir nicht beigebracht. Ja, ich will mal mit Waffen hantieren. Leider. Hm. Hm. Überlegen. Ja. Gründlich überlegen. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Ja, kann man mal machen, muss man aber nicht unbedingt. Für die Ehe. Vorsicht. Oh, da spielt aber einer ganz sicher. Ja, was will ich denn sonst tun? Hm. Weil Wildtiere auf dem Feld vom Hunter ist nie so gut. Oh, oh. Wow, wow. Wow. Ein bisschen wow. Ja, falsches Ziel, sehr gut. Ah, falsches Ziel, sehr gut. Nein. Ah. Ach, weißt du was? Es ist so schön. Ah. Oh. Oh. Ja. Hätte besser laufen können. Naja. Jetzt kriege ich sicher einen Hund. Natürlich. Was auch sonst. So, siehst du, das hat dir doch gefallen, oder? Das, was der Hunter kann. Faith is the place. Ich komm einfach nicht dazu, das zu machen, was ich gerne möchte. Ich sag's nur ungern. Na. Ich könnte beenden, aber. Ich will nicht. Was? Vielleicht kannst du ja dein Kombo irgendwann ausspielen. Ja, das Problem ist, ich hab nichts von dem auf der Hand, was ich brauche. Ach so, dann beende ich. Aber ich geb dieses Deck noch nicht auf. Ich hab so gedacht, du hast was auf der Hand, da hätte ich gerne mal dein Kombo gesehen, aber. Ja gut, ich hätte noch einen tiefen Lichtorakel gehabt, wo ich dann vielleicht das Richtige gezogen hätte, aber dann hätte ich es dann auch erst im nächsten Zug machen können. Ich muss sagen, im letzten Spiel wäre es sehr nah gewesen. Ja. Da hätte ich es machen können, aber. Ja. Leider. War ich etwas zu schnell. Ja. Leider hast du da nicht gefragt. Probieren wir mal das Deck. Aber du siehst es ja dann, was es vielleicht hätte sein können. Ja. Ja. Weil ich es jetzt nicht endlich schaffe. Ich hab's mal so gemacht, ich hab jetzt mal ein Deck genommen, wo ich weiß, was es ist, was sehr langsam ist. Mit dem hast du auch letztes Mal schon bekannt gehabt gemacht. Also jetzt hätte ich theoretisch das oder ein Teil davon auf der Hand, aber dann bin ich einfach sehr langsam. Gut, ist mein Deck auch. Ja gut, dann lass ich das eine mal auf der Hand. Ja, das sieht schon besser aus. Müssen wir es nur noch so weit schaffen. Ja. Ähm. Was mach ich denn da? Nix. Gar nix, genau. Sehr gut. Hat hier jemand erlaubt, das zu machen? Ja, ich war oben, ich hab meine Mutter gefragt. Oh. 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 Oh, jetzt müsste man zwei Coins haben. Ach ne, nur eine. Aha. Da brauchen wir mal Rüstung. So ein bisschen, ja. Was habt ihr denn da? Den kennst du ja bereits. Mh, ja. Aber nur am Rande so ein bisschen. Die schaust. Oh, endlich aus. Versuch der Schiller. Ah, Fją. Fiss, Fiss. Ja. Sonst hast du am Schluss viel zu viel Rüstung. Das kenne ich bereits. Das Vergnügen hatte ich schon mal. Okay. Ah, der war gut. Leider. Ja, ekelhaft. Wie vorhin, ja. Ja, nur kann ich nicht viel mehr machen. Das ist das Problem. Hm. Nee. Jönchen, die Erdenmutter. Der Altbekannte. Ja. Hm. Nach diesem Match würde ich auch gerne noch ein neues Deck bauen. Sonst würde ich mal ausprobieren, okay? Mit dem habe ich zwar, glaube ich, eine Gewinnchance von unter 10%, aber okay. So viele wundervolle Schiffe. Oh. Das ist aber nett. Und ja, wir sind ja hier, um solche Decks zu probieren, ne? Hm. Ja. Schlecht. Ich warte ja immer noch darauf, dass hier diese Kombo irgendwann mal funktioniert. Weil ich glaube, das würde dir auch gefallen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss den Kombo einmal sehen. Ja, diese Runde könnte es vielleicht funktionieren. Hoffen wir mal. So. Was machen wir denn da? Ja. Oh, das ist ja auch schön. Wie teuer ist der eigentlich da bei dir? Ach, vier Mana. Das ist schon ganz schön viel, ne? Nicht wirklich. Ja. Möchtest du mir noch mal auf die Hand zurückschicken? Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht, ich bin mir noch unschlüssig. Achso, okay. Aber ich glaube, ich lasse ihn dir. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Oder? Oh, jetzt hast du es geahnt. Vielen Dank. Vielleicht doch nicht. Schade, schade. Ja, da ist ja wieder mein Feld wieder fast weg und ich nehme viel Schaden. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Muss auch nicht sein, gell? Ich wollte erst und dann doch nicht. Aha. Da ist es wieder zwei. Was von den Ghoul? Von den Ghoulen, oder was? Nee, nee. Da hier mit... Ja. Doch. Den Ghoul hast du mir so auf die Hand gegeben. Tja. Das ist jetzt eine gute Frage, was wir hier machen, ne? Mhm. Ich frage mich auch. Ja, das frage ich mich auch. Ähm. Hm. Soll ich das wirklich tun? Ich weiß nicht, was du machen willst. Das ist halt eher langsam. Und ich werde wahrscheinlich bewollen, das hier eingesetzt zu haben. Eventuell. Ja, machen wir mal so. Mhm. Mhm. Boah. Ah, da ist er ja wieder. Habt ihr das Artefakt? Ja, der gute Alte. Der Gesichtslose. Ich hab mir gedacht, wenn du wieder Vanish einsetzt, dann kriege ich noch eine zweite Map. Ich brauche auch mal was Schönes. Mhm. Ja, so prickelnd ist das jetzt nicht. Ja. Aber vielleicht gibt's bald lustige Sachen. Hoffe ich. Ja, wenn ich hier so gucke, wird das gleich sehr lustig. Oh, je, je, je. So. Niemand darf überleben. Das war irgendwie klar. Ah. Warte. Das ist die falsche Reihenfolge. Hallo, was? Ja. Ah, der Kombo. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem sterben. Hm. Ja, das war schlau. Ja. Vielleicht. Die Erdenmutter ist nah. Das hast du zweimal auf der Hand, gell? Naja. Nein. So. Nein, ich hab andere Sachen auf der Hand. Aber erstmal hier. Erstmal müssen hier die Sachen passieren, ne? Mhm. Oh, das reicht ja gar nicht. Ich muss hier noch Schaden kassen. Aber nur ein bisschen. Ja, war genug. Ich kann ihn. So, jetzt. Hat den Bug. So. Mhm. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Okay. So. Schlecht. Oh, wobei. Das ist auch nicht sehr nett. War ein guter Zug. Hast du denn gerade gezogen? Ja. Schön. Arschkeige. Aber immerhin, du hast keine Shadow Steps mehr. Was ist das denn hier? Ah. Ja, bringt mir nix. Ähm. Was können wir denn hier sonst noch so tun? Plottier. Hm. Ja. Ja. Die. Los geht's. Was. so was kommt jetzt ich sehe schon kommen am schluss verliere ich trotzdem vielleicht ja das mit der rüstung ist halt so eine sache ja jetzt weißt du bescheid es ist immer wieder schön wenn freunde zu mir kommen noch mehr freunde und kein platz mehr viele coins ja meine hand sieht sehr schön aus das gefällt ja das war klar wer bleibt stehen das ist ja nicht schlecht noch ein brawl nein nein oha kommt das äffchen gerade ne noch nicht ok so vielen dank los geht's was mache ich was mache ich auf jeden fall karten ausspielen sonst hast du langsam problem so langsam muss ich ja das gestehe ich ich habe keine kreis hoha ja Oh Gott. Ähm, ja. Für die Ehre. Los geht's. Ich wette, ich krieg noch viel eine zweite Frage. Ich wette es. Oh Gott, das war so klar. Ja, aber ich bin sowas von tot mit meinen sechs Lieben. Ich bin sowas von tot mit meinen sechs Lieben. Ich meine, du musst mich nur kurz angucken und ich bin tot. Ja, das stimmt. Ich kann nicht mehr warten. Du Glück hast du mich schon nochmal gehittert in der letzten Runde. Sonst wäre es glücklich geworden. Ach, Mensch. So, ich baue mir jetzt mal ein Deck. Okay. Mal gucken. Dann mache ich hier mal meine Kartenpackungen auf. Jetzt kann ich ja, wo ich auch. Oh mein Gott. Es leuchtet goldig. Oh. Was ist es? Tyrion Vorkind. Sehr gut. Den habe ich doch schon. Oh. Tut mal eben. So, was haben wir hier? Ach, wobei. Ich lasse es. Ich habe noch Packungen. Aber es dauert, glaube ich, nicht lange. Wie viel hast du denn? Jetzt noch zwei, glaube ich. Oh, das ist ja die Welt. Ja, die habe ich hier von diesem Dingens da. Man musste doch irgendwie so einen Typen auswählen. Mhm. Ach so, jetzt spielst du heroisch. Nein, nein, nein. Ich habe nur mal geguckt. Ach so. Aber es ist ja das Heroisch. Komm, komm. Jetzt hätte ich gerade Zuschauermodus gemacht. Nein, nein. Ich bin doch schon überall fertig mit HC. Nein, 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 nein. Das sagt er nur so. Ja, 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 ja. Hast du echt alle gespielt? Ja. Mit Anleitung? Teilweise, wenn ich das mehr auf die Reihe bekommen habe. Also immer. Nein, nein. Ich sage es nur, 90 Prozent habe ich wirklich so. Okay. Würde ich jetzt auch sagen. Kann ja niemand beweisen. So, also von mir aus kannst du mich, äh, ne? Mhm. Ja, was spiele ich? Ähm, ja, was spiele ich? Ich spiele noch eins, was ich noch nicht kenne. Sehr gut, sehr gut. Du auch. So, hier. Gucken wir mal. Vor allen Dingen Schurke und das, was ich jetzt spiele, sind beides Klassen, die ich sehr, sehr wenig, äh, spiele und dementsprechend auch nicht unbedingt gerne spiele. Was, Schurken? Ja. Ach, Schurke ist geil zu spielen. Wenn man's kann. Ja. Das ist, äh, Voraussetzung. Ah, ja. Ach Gott, das werde ich von, das werde ich von Monsieur Gips belästigt. Was? Handy. Ach so. Ja. Die Steam-App. Ach so. Ich frage mich gerade, ob das schon erledigt ist mit meinem Erzfeind. Da habe ich gemeint, nein, wir sind dabei. Kenn ich den? Ähm. Ich muss gestehen, aus meinem Deck werde ich aktuell nicht schlau hier. Was, 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 ah, egal. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, ja, toll, nochmal. Ja, gut. Ähm. Du bist Schamane. Ich habe den Tiger im Tank. Dann nehme ich diese Version. Ja, Faze, ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Ja, Verstohlenheit bringt mir gegen dich nicht viel. Warum, ne? Ach. Oh. Boah. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ähm. Nee, das lasse ich dir. Vorerst. Hm. Ach so. Als hättest du noch zu wenig Karten. Ich habe noch was gepudelt. Und ich habe sogar ein Deck. Das ist unglaublich. Das war jetzt nicht so nett. Och, warum? Ähm. Also, ich muss gestehen, obwohl ich meine Decks nicht mehr kenne, habe ich immer so ein paar Grundkarten, die ich drin habe. Ich habe den Tiger im Tank. Fülle. Ah. Ah. Das ist ja auch toll. Jetzt habe ich hier die App von Dingens drin. Und die zeigt gar nicht an, wenn du sprichst. Hier diese Overwolf-Geschichte. Ja. Äh, kenne ich nicht. Was machen wir denn da? Was tut denn hier für komische Sachen? Ja, das ist und bleibt ein Rätsel. Ja. Boah, Gott. Nee, du kannst mir ruhig Vachilis sagen. Ach so. Hm, was mache ich jetzt? Schlecht. Ich würde es ja gerne mal erleben, zu gewinnen. Aber ich glaube, das ist mir vergönnt. Nein, diesmal sieht es gar nicht so schlecht aus. Okay. Ja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber okay. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Verstohlenheit ist so eine Sache. Die mag ich noch besonders. Was? Warum müllst du das Feld auf einmal zu? Aha. Okay. Einfach so. Okay, okay. Damit hier dein Blitzgewittergedöns auch was zu tun hat. Ah, okay. Ach so, ist das so ein Verwandlungs-Deck? Anscheinend, ja. Das habe ich auch mal eine Weile gespielt. Aber guck mal, da kriegt man ein Fear-Drop-Minds. Das ist doch... Warum so ein Krapcha? Ja, okay. Immerhin ist Krapcha tot. Ja, okay. Du bist so ruhig. Ich überlege. Wozu? Du gewinnst sowieso. Nein, ich muss auch 13 HP. Ja, zwei Fröschchen und ich bin wieder da, wo ich mal angefangen habe. Hätte ich doch was Fröschchen. Handvoll, aber kein Fröschchen. Stimmt, neun Karten ist wirklich fast handvoll. Mhm. Ja, aber Schamane hat so viel Zeug. Was tut. Was jetzt hier helfen würde. Ach, gleich so, ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oh Gott. Hatten wir das nicht schon? Ich habe Angst, dass ich drauf bin. Nee. Was hast du? Gut bist du definitiv noch nicht. Sehr gut. Und ich kenne dich langsam. Du hast immer noch irgendwas, was dich rettet. Ja, habe ich doch gesagt. Ja. Man fasst es nicht. Ja, dass man an Rage-Mobos nicht mehr sieht. Ich hasse dich. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Ach, echt? Badet in Flammen. Oh, Fick. Du willst doch jetzt nicht noch jammern, oder? Oh. Ich glaube, ich muss nachher mal kurz in Rast rein. Oh. Alter. Das gibt es doch nicht. Ich gehe nach Hause. Ach, ich bin ja schon zu Hause. Es gibt jetzt eine Sache, die mich ein bisschen hart zerstören könnte. Das glaube ich kaum. Doch. Ich weiß noch, ob ich es machen soll, oder nicht. Nee, ich warte noch. Weil hätte ich jetzt Evolve gemacht und das Tote wäre ein Doomsayer geworden. Wäre hart gewesen. Ich bin ja nie. Ich bin ja. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Aber, das war's. Ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Ja. Ich bin ja auch schon. Habt ihr das Artefakt? Den magst du irgendwie. Ja, guck mal, das ist ein guter Mob. Ich weiß, wer ihr seid. Das ist auch so eine Karte, die hat man immer im Deck. Alter, das gibt's doch nicht. Die hat man im Deck und hat nie einen Gegner, wo Dingens spielt. Ja, das ist echt so. Wo soll ich zuschlagen? Wo soll ich zuschlagen? Das gefällt mir jetzt nicht so. Wow. Das hält dich ja so extrem auf. Oh, Gott. Ich würd sagen, es ist gar nicht immer so schlecht. Ach ja, wirklich? Oh, Mann. Das ist alles so Schrott. Komm, mach es. Das ist alles so, das ist alles so. Natürlich. Oh, Mann. Ja. Ist doch ganz gut gelaufen. Natürlich. Unglaublich. Also je nachdem, wie lange du noch spielen willst, können wir sogar zwei Teile aufnehmen quasi. Ich muss gestehen, ich bin amüsiert. Echt jetzt? Oh, hast du das virtuelle Ticket geholt. Ja, ja. Ja, hatte ich schon vorher die, dann den Karten rücken. Ja, ist mir aufgefallen. Aber ich hab eben erst realisiert, dass der von BlizzCon ist. Ach so. Mhm. Hm. Ach, du hast einen Priester gewählt. Ja. Ich wusste nicht, was es ist, aber ja, nach den ersten paar Karten weiß ich es jetzt schon. Ah, ein Besuch. Seid ihr mein Meister? Ach so. Ja. Was könnte es wohl sein? Kaufen oder verkaufen. Oh, so. was denn so ein abwerf hexer bist du okay lohnt sich zu achten aber egal eine karte ja ja doch die lohnt sich schon warum sollte sich die nicht lohnen ja weil sie nur hilft dein typ sich hoch zu stecken ja aber das wusstest du ja vorher nicht trotzdem das war einsam ob der schild weg machten zwei ob die man rein tradet so oder so ja aber ein schatten wort und das war alles für die katz ja hätte ich bereits ach da liegt sich ja noch irgendwo eins rum irgendwo hoffe ich mal ja aber jetzt wird es nichts mehr bringen ja jetzt ja und welche überraschung ja ach das auch noch hast du auch noch ein zweites dann wird dir das nicht gefallen ne na ja das geht auch eingesteckt ich finde nicht es gibt durchaus gute priester ja aber priester aktuell die höchste verlierer das ist nur weil ich ihn viel spiele das ist nur meine statistik das war jetzt natürlich deine rettung das war so klar das war so klar nicht unbedingt gut der keks ist gegessen nee warum denn weil ich dich gar nicht wegbekomme und ich nur noch zwei ap habe du könntest es auch vier bringen oder wenn du ein kefuhn spielst gibt es da ganz viele heilungstypen drin ja die man verwenden könnte könnte aber nicht nur ist ja heißt das das wird mein erster sieg heute eventuell ich glaube es noch nicht ist ein mist ich trau dir kein stück da ist der hiel ja toll wenn man sich einfach um einen mahnner verrechnet scheiße ach so verstehe sieben ja hm ich hab gehört da unten ist so ein Knöpfchen und dann kann man ja oah nein jetzt gönnt ja nicht jetzt gönnt ja nicht mal der einzige Sieg ne dass ich den selbst bringen kann nein 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 probier ich mal das das ist auch nicht benannt mal gucken immerhin kein Priester mehr äh was haben wir denn für Zeit ich glaube ich schneide das in zwei Teile ne mhm also kommt dann zwei Sonntage was mit dir leider ja man sagt dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird Sieg oder Tod für einen Sieg im Kampf bedarf es gründlicher Planung damit kann ich euch helfen nur Stärke und Macht sichern die Überlegenheit doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben gut gespielt gut gespielt Hearthstone Heroes of Warcraft gemacht sei sie günstig über aber wir die